Ist dir schon mal aufgefallen, dass dein toxischer Partner sehr seltsam auf deine Freunde reagiert? Entweder kann er sie gleich alle auf einmal nicht leiden, oder er reagiert launisch und macht Druck, wenn er eine Einladung aus deinem Kreis bekommt, sodass dir die Lust hinzugehen auch gleich mit vergeht. Oder es ist schon lange klar, dass du ihn gar nicht erst fragen brauchst, er geht sowieso nicht mit, er geht nur zu seinen Leuten, wenn er denn Freunde hat, oder ab und zu geht ihr zusammen irgendwo hin und er benimmt sich so daneben gerne auf deine Kosten, dass du dir das zukünftig gut überlegst, ob du das nochmal machst. Oder er ist bei dir ein Stinkstiefel, zieht aber in Gesellschaft die Superpartnershow ab und nach der Party gibt es ein langes Gesicht und du erfährst, dass du so ziemlich alles falsch gemacht hast, was man nur falsch machen kann, dabei hast du dich nur normal und unbefangen verhalten. Oder aber du kannst dir jedes Mal, wenn er deine Familie oder Freunde gesehen hat, eine Litanei an Kritik an ihnen anhören und zusehen, wie er deine Lieblingsmenschen zu Horrorfiguren macht, die die Luft zum Atmen nicht wert sind. Gleich welche Variante du davon kennst, es läuft darauf hinaus, dass du alleine mit ihm zu Hause bleibst und du ihn ziehen lässt, wenn er ausgehen will, nur damit diese Verletzungen nicht entstehen, damit der elende Stress aufhört. Das Ende vom Lied ist, dass du im Laufe der Zeit deine Freundschaften vernachlässigst und sogar verlierst und er seine Kontakte in gewohnter Manier weiter aufrechterhält. Hinzu kommen der Dauerstress in der Beziehung, der Druck, der entsteht, wenn du jemanden besuchst, zusätzlich zu der permanenten Beanspruchung, die die Beziehung an dich stellt. Dir bleiben kaum Lust, Kapazitäten und Nerven, dich über all das hinwegzusetzen und deine Freundschaften und Familienbindungen weiter fortzuführen, so wie du es gewohnt bist. Eine sehr schmerzhafte Lücke entsteht und zunehmend hältst du jetzt Freunde und Familie und ihn auseinander. Warum verzehrt diese Beziehung so viel auch noch deine Freundschaften und dein Support-System? Was tut er da, bewusst oder unbewusst? Warum ist das so ein ständiger Konflikt, der sich offenbar nur lösen lässt, indem du dich anpasst und einen Teil deiner Kontakte bzw. Treffen aufgibst? Es geht oft auch so weit, dass diese Menschen unsere Kinder kritisieren und man mit der Zeit merkt, dass es besser ist, wenn er möglichst wenig mit ihnen auch zusammentrifft. Ich fasse toxische Männer und Frauen in dem Wort Partner zusammen, so wie das ursprünglich mal gedacht war. Es geht hier also nicht ausschließlich um toxische männliche Partner, sondern genauso um Frauen, die sich in Beziehungen so verhalten. In wenigen Momenten erfährst du fünf Gründe, warum es für den toxischen Partner wichtig ist, dich von deinem Bezugssystem zu trennen. Hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Beratungs- und Online-Seminarseite für toxische Beziehungen, Hochsensibilität, Reifungskrisen und Weiterentwicklung. Ich bin Autorin des Buches »Wenn Männer nicht verbindlich werden«, erschienen im EK2-Verlag, das habe ich unten verlinkt. Ich berate Menschen in allen Beziehungsproblemen, in Reifungskrisen und helfe aus limitierenden Mustern heraus. Ich habe eine Methode entwickelt, um sich aus einer toxischen Beziehung und aus ungesunden, schmerzlichen Affären zu lösen, natürlich ohne weiteren Schmerz zu erzeugen. In meinem Online-Seminar auf tanja-grundmann.de erfährst du, wie man aus dem Schmerz- und dem Überlebensmodus herausfindet und wieder stabilen Kontakt zu sich selbst bekommt. Dann ist nämlich der ganze Spuk vorbei. Besuche also gerne meine Website tanja-grundmann.de. Dort findest du neben meinem Beratungsangebot im Online-Seminar eine Reihe von Artikeln und E-Books zu den Themen, über die ich spreche. Wenn dir der Beitrag gefällt, klick den Like-Button, lass ein Abo da. So können diese Beiträge noch mehr Menschen helfen und dazu beitragen, dass andere nicht ungebremst in so etwas hineingeraten. Um die Gründe des toxischen Partners für dieses Verhalten darzustellen, schauen wir uns mal an, was der toxische Partner so braucht. Wie wir nach einiger Zeit an der Seite dieses Menschen ja feststellen können, kommst du in der Beziehung als eigenständiger Mensch mit deinen individuellen Merkmalen, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen, deinen Grenzen und Verletzlichkeiten gar nicht vor. Es ist seine Beziehung und nicht deine, seine Regeln, seine Vorstellungen, seine Befindlichkeiten und auch seine Vorgaben. Aber er braucht dich, brauchen aber leider eher im Sinne von benutzen. Er braucht dich, um sich selbst stabil zu halten. Er braucht jemanden, auf den er seinen unverarbeiteten Schmerz übertragen kann, der sich bis über jede Schmerzgrenze seinen wechselnden Vorgaben anpasst, der ihn nicht verlässt, jemanden, bei dem er sich benehmen kann wie die Axt im Walde, ohne dass er Konsequenzen zu befürchten hat und jemanden, der seine ganze Lebenslast für ihn trägt. Und das kann er alles nur von jemandem bekommen, dessen Überlebenssystem darauf trainiert ist, Menschen wie ihn vor sich selbst zu schützen, ihn zu entlasten und ihm die Bürde seiner Verfehlungen zu ersparen und sie auf uns zu nehmen. Das Übernehmen dieser Bürde anderer hat uns als Kinder für eine Weile sicher gehalten. Nicht der Vater hat sich schlecht benommen, wenn er nachts betrunken nach Hause kommt, vielleicht das ganze Haus aufgeweckt und uns in irgendeiner Weise bedroht hat, sondern ich bin das Schuld, dass der Papa böse ist. Und wenn ich nur lange genug wachte, mich zurücknehme, ganz, ganz lieb bin und dem Papa alles recht mache, dann ist er bestimmt bald wieder lieb und trinkt vielleicht nicht so viel. Wir sind als Kinder nur dann sicher, wenn die Großen keine Fehler machen. Das machen sie aber. Und das nehmen Kinder dann auf sich. Sie sind gefühlt schuld. Das ist einfach das kleinere Übel. Lieber ich bin schuld, als dass ich erkennen muss, dass die Eltern vielleicht grobe Fehler machen, was wiederum im frühen Kindesalter bedeuten würde, dass ich bei ihnen nicht sicher bin. Und dieses Verfehlungen der anderen auf sich nehmen, ist ein reiner Überlebensmechanismus. Und wenn dieses Programm nicht durch Bewusstwerdung unterbrochen wird, läuft es verlässlich weiter, bis in unser Erwachsenenalter und bestimmt unsere Beziehungen. Das ist dann, wenn das aktiviert wird, ein Automatismus, der uns also im Kindesalter sicher gehalten hat, der uns richtigerweise auch davor bewahrt hat, dass wir wirklich fühlen, wie verlassen, ungeliebt und übersehen viele von uns aufwachsen mussten. Weil diesen Schmerz zu fühlen, hätten wir als kleine Kinder nicht überlebt. So hat unser Überlebenssystem eine Reihe von schützenden Mechanismen entwickelt, die in vielen Menschen auch später noch arbeiten und aktivierbar sind, vor allem in Liebesbeziehungen. Auch in Freundschaften übrigens oft. Aus der ursprünglichen lebensrettenden und schützenden Absicht wird dann später eine Lebenshemmung, die eine ihrer quälendsten Ausdrucksformen in einer toxischen Beziehung findet. Es sind genau Mechanismen dieser Art, davon gibt es übrigens noch mehr, die ein toxischer Partner braucht. Seine Anforderungen und Launen lassen sich nur erfüllen, wenn er jemanden an seiner Seite hat, den man mit Verlustandrohungen in eine maximale Anpassung bringen kann und der die Verfehlungen des toxischen Partners auf sich nimmt. Das klingt dann beispielsweise so, das höre ich oft in Beratungen, dann habe ich einen hochsensiblen Menschen am Apparat, dem furchtbar viel Unrecht getan wurde und der sagt dann sowas wie, ja, ich bin ja auch nicht einfach, vielleicht bin ich ja auch toxisch oder das findet man in der Neigung, alles zu entschuldigen, was der andere sich so leistet, weil er eine schlechte Kindheit hatte und wir ihn aber gestresst haben. Dabei hat er uns aber so gestresst, dass wir so reagieren mussten. Das ist ja nur eine Reaktion auf sein Verhalten. Wir suchen dann akribisch bei uns selbst, was wir falsch gemacht haben könnten und finden ein paar Kleinigkeiten, die aber allesamt einer Verletzung oder Entwürdigung geschuldet sind, die uns widerfahren ist und übersehen dann, wie schlecht der andere sich eigentlich benommen hat, wie emotional brutal und gemein er war. Die Verhältnismäßigkeiten verrutschen komplett. Plötzlich ist er nicht mehr mega ungerecht oder selbstgefällig gewesen, sondern wir haben uns das gefragt. Das macht der andere uns dann natürlich auch gerne klar und dann verliert man sich selbst total und verliert das Maß aus den Augen und das immer zu seinen Gunsten, so wie früher, wie wir die Eltern entlastet haben. Aber die Aktivierung dieser Mechanismen ist nur möglich, wenn wir in den Überlebensmodus kommen. Sind wir sehr bei uns selbst und in unserer Power, dann kann man das mit uns nicht machen. Aber intuitiv weiß ein toxischer Partner, wie es geht. Denn wenn wir emotionalisiert werden, verliebt, erleichtert, euphorisiert, genauso wie beschuldigt, beschämt, verletzt, verlassen, geschockt, gestresst und schmerzerfüllt, die ganze Gefühlsachterbahn, wenn wir also emotionalisiert werden und wenn auf uns dann auch noch sein verdrängtes Material übertragen wird, wenn wir uns in einer Beziehung nie sicher fühlen können und dafür abgestraft werden, wenn wir versuchen, uns wahrnehmbar zu machen. Und wenn wir dann in Folge immer stärker unter Druck und Stress geraten, dann hat er leichtes Spiel. Entschuldigung, das war gerade ein kafkaesker Endlossatz. Ich hoffe, der war verstehbar. Also, wenn wir durch all diese Komponenten maximal unter Druck geraten, dann hat der toxische Partner leichtes Spiel. Dann schaltet sich nämlich unser Überlebenssystem ein und macht, was es vor 20, 30 oder 50 Jahren schon getan hat, um uns sicher zu halten. Nun übernehmen diese Muster die Führung und wir sind gezwungen, in frühantrainierter Weise zu reagieren. Die Verlustangst gibt uns dann den Rest, und zwingt uns in diese Selbstaufgabe, um nicht gefühlt alles zu verlieren. Und im Normalzustand, wenn wir ganz bei uns sind und halbwegs präsent sind, dann ist dieser Wahnsinn nicht möglich. Das würde keiner von uns mitmachen. Im Überlebensmodus schon, wenn diese Muster noch da sind. Und wenn das Überlebenssystem das kennt. Und genau da will der toxische Partner uns haben. Denn jetzt kann er mit uns machen, was er will. Und wir müssen mitmachen, ob wir wollen oder nicht. Das mal so als Voraussetzung zur Erläuterung unserer Punkte. Kommen wir zum ersten Grund. Was passiert, wenn wir uns mit der besten Freundin treffen, ein Problem durchdiskutieren, Quatsch machen, alte Storys erzählen und ein bisschen abhängen. Wir erholen uns. Und das bringt uns aus dem Überlebensmodus wieder in den Normalzustand zurück. Und da will unser toxischer Partner uns genau nicht haben. oder wenn wir uns bei den Eltern bekochen und verwöhnen lassen oder wenn wir sie selbst zum Essen eingeladen haben. Nicht immer, aber oft erholen wir uns dann. Wir erleben Nähe, Vertrautheit, wir entspannen uns mit den Homies, brauchen uns nicht so anzustrengen, sie haben uns lieb so oder so und all das zusammen stellt eine regenerative Ressource dar. Wir brauchen das unter anderem, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, um Kraft zu schöpfen und unserem menschlich-natürlichen Bedürfnis nach Verbundenheit gerecht zu werden. Das reduziert Stress, stellt den Kontakt zu uns selbst wieder her und gibt uns den Rückhalt, dass wir geliebt werden. Das stellt einen enorm wichtigen Gegenpol zu der immer rauer werdenden Welt dar. Es hat einen Effekt auf unsere Stimmung, unsere Verfassung, unser Immun- und Nervensystem, unsere Beziehungsfähigkeit, unsere Selbstachtung, einen Effekt auch auf das Selbstvertrauen und unsere Liebesfähigkeit. Diese Kontakte halten uns stabil. Das geht auch ohne, aber wenn wir dieses Bezugssystem haben, dann ist das ein echter tragender Balken. Und alles das sabotiert ein toxischer Partner, wenn er uns daran hindert, diese Bindungen so zu pflegen, wie wir das gewohnt sind und brauchen. Er dreht uns also gewaltig den Hahn ab, denn nun wird aus dieser sicheren Bank der Regeneration eine weitere Quelle des Stresses. Was uns eigentlich stabil hält, wird uns in der Beziehung jetzt zum Verhängnis. Und unmerklich verknüpft sich diese wichtige Quelle der Erholung und Stabilität in unserem Inneren mit etwas, das uns gefährlich wird. Passe ich mich nicht an und fahre meine Kontakte nicht runter, drohe ich den Partner zu verlieren. Das ist echt perfide. Aber was hat er davon? Ja, wenn ich mich nicht mehr erhole und meine Quellen zur Regeneration zu einem weiteren Spannungsfeld in der Beziehung werden, bringt mich das zusammen mit ein paar anderen Manipulationsmechanismen, die er so anwendet, geradewegs in den Überlebensmodus, genau in die Verfassung, also in der er mich so dringend braucht. Denn dann passe ich mich wieder an, übersehe seine Verfehlungen, nehme alles in Kauf und nehme ihm seine Last ab. Also erster Grund ist, indem er dir das Pflegen deiner Freundschaften oder er dir das Pflegen deiner Freundschaften und Familienverbindungen schwer bis unmöglich macht, trennt er dich von deinen wichtigen regenerativen Ressourcen, deren Fehlen dich im Überlebensmodus festhält. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der toxische Partner braucht dich für sich allein. Es ist nur mal seine Beziehung. Deine Bedürfnisse spielen keine Rolle. Er kann sie nicht mal wahrnehmen. Er hat überhaupt keinen Zugang dazu. Er fühlt sich selbst nicht richtig und kann infolge einen anderen Menschen nicht wahrnehmen. Vielmehr sieht ein toxischer Partner im Anderen seine eigenen Projektionen. Er sieht in dir, was er selbst verdrängt. Das kannst du zum Beispiel sehen, wenn er dir wieder mal Dinge vorwirft, die er im Augenblick gerade des Vorwurfs selber tut. Das müsstest du kennen. Daran kannst du sehen, dass er nicht dich wahrnimmt, sondern das, was er sehen will. In einem anderen Video habe ich das als Hologramm bezeichnet. Er hat ein Bild von dir, ein Hologramm, was an vielen Stellen mit dem, was du bist, überhaupt nichts zu tun hat. Jeder, der eine toxische Beziehung durchlebt hat oder das gerade tut, kennt den Schmerz, oftmals auch den Schock und die grenzenlose Traurigkeit, wenn man in endlosen, zermürbenden Diskussionen einfachste Dinge wieder und wieder und wieder erklären muss. Dass etwas wehtut, was er macht, dann erklärt man ihm, warum das wehtut und wie sich das anfühlt und warum das so ist und dass es nicht fair ist, ganz basale Dinge, die man eigentlich im Grundschulalter bereits gelernt hat und er kapiert es nicht. Er will das auch nicht. Das wäre unbequem für ihn. Dann würde er nämlich auf sich geworfen. An allen Ecken und Enden kann man das wiederfinden, dass seine Wahrnehmung massiv eingeschränkt ist und dass es nur um ihn geht und nicht um uns, ihn den anderen. Deswegen erhebt er auch alle Hoheitsrechte auf uns. Wir sind zu seiner Erbauung da, zu seiner Stabilisierung, zum Ausbaden seiner Launen und Befindlichkeiten. Ganz ehrlich, den Job hatten meine Bärchen und Puppen, als ich acht war und die habe ich besser behandelt. Genauso autokratisch, wie er die Beziehung regiert, bestimmt er auch darüber, ob und wie viel er von dir haben will. Das ist meistens alles, selbst dann, wenn die Beziehung nicht mal fest und verbindlich ist. Das erkennst du daran, dass die Beziehung dich vollständig konsumiert und du kaum noch Kapazitäten für anderes hast, egal wie viel oder wenig ihr euch seht. Er bekommt also alles von dir für null oder kaum Gegenleistung. Die Isolierung, die das alles mit sich bringt, ist gleichermaßen eine Emission dieser Beziehung als auch eine Voraussetzung für die Beziehung. Der Partner wird zum Zentralgestirn in unserem Leben. Madame und Monsieur regiert und auch das hält uns im Überlebensmodus fest. Über diese Isolierung in toxischen Beziehungen kann man natürlich noch einiges mehr sagen, aber das mal in einem gesonderten Beitrag. Das schlechte, ignorante und abfällige Benehmen deinen Freunden gegenüber dient also deiner Isolierung und ihm insofern, als dass er dich ganz für sich hat. Nur darum geht es und es geht um seine Befindlichkeiten und deine uneingeschränkte Verfügbarkeit. In diesem Szenario kommen deine anderen Bindungen nicht vor. Die kann ein toxischer Partner brauchen wie Fußpilz und unterbindet die Pflege dieser Bindungen sehr autoritativ und nachhaltig, wie es sich für einen guten Autokraten gehört. Der dritte Grund für seine seltsame Haltung zu deinem Bezugssystem dürfte sein bestgehütetstes Geheimnis sein. Ja, es ist Eifersucht. So emotional überlegen er tut und es scheinbar auch ist, glaubt mir, das ist der toxische Partner nicht. Ihm ist es zutiefst zuwider, sich auszuliefern und verletzbar zu machen. Schlimmer ist es jedoch für ihn, sich dabei erwischen zu lassen, also sich in seiner Verletzbarkeit und in seinen Ängsten davor wahrnehmen zu lassen, also seinen Ängsten vor den Verletzbarkeiten. Da will er nicht drin wahrgenommen werden. Und jemand, der genau das so nachhaltig verdeckt, tut das, weil er es ist, verletzbar, unsicher und ausgeliefert. Manche toxische Partner sind offenkundig und ausgesprochen eifersüchtig, lassen ihre Partner unter einem Eifersuchtswahn leiden und wähnen Ablenkung von ihrer eigenen Person hinter jedem Baum. Bei den meisten toxischen Partnern ist das nicht ganz so extrem, sodass sie das leichter verstecken können und das auf uns übertragen. Denn wer war nie nennenswert eifersüchtig und ist es dann aber plötzlich in der toxischen Beziehung? Genau, wir. Wenn wir vorher nie eifersüchtig waren und es dann aber sind, aus dem Nichts, in einer toxischen Beziehung, dann wird das übertragen, und zwar vom toxischen Partner auf uns. Er lässt uns fühlen, was er selber nicht fühlen kann und will. Und wir können seine Eifersucht daran erkennen, dass wir sie plötzlich haben, vor allem dann, wenn wir eigentlich keine eifersüchtigen Typen sind. Wie kommt das Gefühl denn sonst dahin? Ja? Wenn er uns also das Zusammensein mit unseren Homies zur Hölle macht und wir uns von ihnen immer mehr und mehr zurückziehen, kann er sich nämlich entspannen und weg ist die Eifersucht jedenfalls für den Moment. Diese Eifersucht und die Unsicherheit, die dahinter lauert, sind erhebliche Gründe, warum ein toxischer Partner unser Bezugssystem ablehnt. Und das verstecken die meisten dieser Menschen, solange wir das nicht entdecken. Und das ist, wenn wir im Überlebensmodus sind, kaum möglich, dass wir das rauskriegen. Dafür muss man wieder im Normalzustand sein. Grund Nummer vier ist ein ganz wichtiger Punkt. Toxische Menschen haben vor nichts mehr Angst, als entdeckt und erkannt zu werden. Auch deshalb halten sie uns im Überlebensmodus fest. Denn in dieser Verfassung funktionieren unsere Wahrnehmung, unsere Urteils- und Entscheidungskraft sehr eingeschränkt. Der permanente Stress bringt die Gehirnintegration durcheinander und die Hirnhälften arbeiten nicht mehr synchron. Das kann man ganz leicht daran erkennen, wenn man wieder mal total unter Strom steht durch die Beziehung und die Gedanken fliegen. Man kommt nicht mehr an die Ratio dran, die Emotionen lassen sich nicht mehr differenzieren und bleiben in einem Mischmasch aus Angst, Schrecken und Stress. Stecken? Noch ein Sch. So, und das kann man im ganzen Körper fühlen. Schuld und Scham und Unzulänglichkeitsgefühle. Da bleibt das alles drin hängen und ist kaum noch differenzierbar. Das ist meistens ein Klumpatsch aus Schmerz und Stress. Man kann da nicht mehr klar denken, fühlt sich hundeelend und ist kaum handlungsfähig. Wenn man sich an solche Situationen zurückerinnert, dann kann man sehen, wie eingeschränkt man nur noch funktioniert in diesem Zustand. Das ist aber auch so, wenn es nicht ganz so schlimm kommt. In einer solchen Beziehung sind wir permanent unsicher und emotionalisiert, passen dauernd auf, was wir sagen und machen. Da ist eine ständige Schicht von Stress in uns aktiviert. Und damit sind wir im Überlebensmodus. Und der garantiert, wie gesagt, einem toxischen Partner, dass wir ihn aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung nicht richtig erkennen können. Wir bekommen einfach kein Gesamtbild von diesem Menschen zusammen. Es bleibt alles in Fragmenten mit vielen Fragezeichen hängen, die wir irgendwie nicht richtig zusammensetzen können. Und wenn Wahrnehmen, Denken und Spüren und Urteilen massiv eingeschränkt sind, dann kann sich ein toxischer Partner in den toten Winkeln unserer fehlenden Kapazitäten frei bewegen und kann dort Schweinigeln und sich daneben benehmen, ohne in Gänze erkannt zu werden. Und wenn der Stuhl mal heiß wird, weil wir ihn mit irgendwas konfrontieren, dann lügt er sich raus oder er gibt den Druck gleich wieder in potenzierter Form an uns wieder zurück. Ergebnis ist meistens, wir glauben ihm mehr als uns selbst, schweigen, sitzen aus, verharren in Schockstarre und hoffen, dass er uns unseren Ausflug in die Selbstbehauptung wieder verzeiht. Das Problem sind jetzt hier wieder unsere Freunde, die Schwester, die Mutter, der Vater, der beste Freund. Die sind nämlich nicht im Überlebensmodus, sondern im Vollbesitz ihrer Kapazitäten und damit hellwach. Früher oder später ahnen sie und wenig später wissen sie, dass mit diesem Partner etwas nicht stimmt. Sie sehen, wie es uns geht, wie schlecht wir aussehen. Sie sehen, wie wir uns vor ernsten Gesprächen davonschleichen, wie wir unsere verheulten Augen mit einer beginnenden Erkältung weglabern, wie wir den Partner um jeden Preis verteidigen und jeden Einwand gegen ihn oder jede kritische Frage im Keim zu ersticken versuchen, wie wir Ausreden für unseren Zustand oder für sein schlechtes Benehmen finden. Kurz, die Menschen, die uns nahestehen, merken alles. Und das ist das Letzte, was ein toxischer Partner brauchen kann, dass sie uns die Augen öffnen, die er so verzweifelt verschlossen hält. Oder, dass er ihnen begegnet und die volle Wahrheit in ihren Gesichtern liest. So unempathisch diese Menschen sind, so raubtierhaft intuitiv kriegen sie das aber mit. Am meisten hasst und bekämpft dieser Partner dann den Menschen aus unserem Umfeld, der am wachesten ist. Als ich vor vielen Jahren, das ist glaube ich so 16, 17 Jahre her, in einer solchen Verbindung war, pickte der Mann intuitiv, ohne dass er mit dieser einen, besonders wachen Freundin von mir viel gesprochen hatte. Er hatte sie zufällig ein, zweimal nur am Telefon gehabt. Da pickte er genau sie raus, als Feind der ersten Stunde. Er konnte sie nicht ertragen. Gleich von Anfang an strafte er mich mit drohendem Schweigen ab, wenn er wusste, dass wir Kontakt gehabt hatten. Er hatte sie sofort auf dem Radar und brandmarkte sie als vollkommen inakzeptabel. Selbstverständlich ohne jede Begründung. Sie war so inakzeptabel, dass er nicht mal ihren Namen in den Mund nahm. Mit spitzen Fingern nannte er sie dann deine Freundin aus Süddeutschland. Sein Problem mit ihr, sie war damals die intelligenteste und mutigste meiner Freundinnen. Sie hat sehr früh erkannt, wer er ist und hat ihn erkannt als jemanden, mit dem echt was nicht stimmt. Und sie sorgte sich um mich, hatte düstere Träume von ihm und mir und war in ihrer Hilflosigkeit, mich den Bach runtergehen zu sehen, wirklich verzweifelt. Aber sie war furchtlos. Sie wäre bei Nacht hunderte Kilometer gefahren, um mich bei ihm rauszuholen, wenn ich sie gelassen hätte. Mehr als einmal war sie auf dem Sprung. Wären diese beiden Menschen, die mir damals die wichtigsten waren, einander begegnet, dann hätte er nichts zu lachen gehabt. Sie hatte keine Angst vor ihm und konnte es verbal rhetorisch locker mit ihm aufnehmen. Ich glaube, dass er Angst vor ihr hatte, denn sie erkannte ihn und hatte einfach diese Angst nicht vor ihm. Und das muss er ganz früh mit seiner raubtierhaften Intuition schon gespürt haben. Damals gab es noch keinen Namen für diese wahnsinnigen Beziehungen. Das war lange vor dem Begriff toxische Beziehung. Keiner wusste, was los war. Aber sie wusste, dass mich diese Beziehung umbringen würde, wenn ich den Absprung nicht schaffen würde. Und das ist nicht übertrieben. Meine Freundin war nicht ohne Grund so besorgt um mich gewesen. Und es gibt nicht selten diesen einen Menschen, der früh schon Alarm schlägt, weil er feine Antennen dafür hat, wie es uns wirklich geht. Und dieser Mensch weiß genau, woher der Wind weht. Deshalb trennt ein toxischer Partner uns am gezieltesten und am nachhaltigsten von genau diesen Menschen. Oder er versucht das. Das ist übrigens nicht selten. Die beste Freundin oder Schwestern sind das oft. Oder beste Freunde bei den Männern. Da gibt es immer, oder Männer haben ja auch schon mal so ganz alte, stabile Frauenfreundschaften. So Homie aus der Schule oder so. Die kriegen das auch mit. Ja, da hilft nur eins. Heimlich telefonieren und heimlich treffen. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Freundin ließ mich los, wenn sie merkte, dass der Kontakt zu ihr mehr Stress als Nutzen brachte. Und sie war für mich da, wenn ich wieder zurückkam und die Luft rein war, weil er nicht um mich herum war. Es war sehr schwer damals für sie gewesen und eine gigantische freundschaftliche Leistung. Denn damals wusste sie nicht, ob ich den Absprung schaffe oder ob der Mann mich schafft. Habe ich aber. Ich bin am Ende gut und sogar auch leichter rausgekommen, nachdem ich verstanden hatte, wie das geht. Und ich habe nicht mal mehr eine Träne vergossen. Wenn mir das einer ein paar Monate vorher gesagt hätte, dann wäre, glaube ich, mein Leben zu Ende gegangen. Ich habe mich echt gewundert, wie leicht das dann ging. Als ich verstanden habe, worum es ging und was ich tun muss. Ja, ja. Also sie trennen uns von unserem Umfeld, weil sie dort erkannt werden. Und das ist ein echter Horror für sie keineswegs schmeichelhaft und das zweitbestgehütete Geheimnis. Grund Nummer fünf. Auch das können sie brauchen wie ein Kropf. Und das ist ein intaktes Support-System um uns herum. Wie schon in Punkt eins erwähnt, brauchen wir unsere Freunde und Familie, um Kraft zu tanken, um uns geliebt zu fühlen und zugehörig zu fühlen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir von diesem Umfeld Hilfe und oft sehr tatkräftige Unterstützung bekommen, wenn es mal brennt. Das sind die Menschen, die für uns da sind, die nachts um drei die Tür aufmachen, zu allen möglichen Zeiten mit uns telefonieren und viel einsetzen würden, um uns zu helfen. Und diese bedingungslose Power in unserem Umfeld gibt uns im normalen Leben ohne den toxischen Partner ein Gefühl von Halt, Orientierung und Stabilität. Wer uns aber im Überlebensmodus braucht, wird genau hier beginnen, am Ass zu sägen, denn dieser Background steht ihm im Weg. Er tut einfach alles dafür, um uns die Beine wegzutreten. Zu sehr braucht er uns in der Verfassung, in der wir seine ganzen Eskapaden mitmachen, bis hin zu widerspruchlosem Hinnehmen von Lügen, Gemeinheiten aller Art, Seitensprüngen und freundschaftlichem Hochverrat. Das ganze Ding bricht für ihn zusammen, wenn wir wieder zu uns selbst zurückfinden. Das Erste, was dann passiert, ist, dass wir ihn zunehmend erkennen und dann in Folge den ganzen Hokuspokus nicht mehr mitmachen. Dann wäre er erledigt und auch noch demaskiert. Wer aus einer toxischen Beziehung ausbrechen will, muss aus dem Überlebensmodus raus und dabei kann ein Support-System bestehend aus altgewachsenen Freundschaften, fürsorglichen und loyalen Familienmitgliedern und wertvollen Bekanntschaften ungemein helfen. Und in meinen Beratungen und Seminaren kann man lernen, nicht nur temporär aus dem Überlebenssystem rauszukommen, sondern dauerhaft, natürlich inklusive Löschung der Muster, die sich dauernd selbst wieder auflegen und dann kommt man in so eine Situation überhaupt nicht mehr rein, weil wir die Passungen dafür nicht mehr haben. Ja, also das ist der Grund Nummer 5. Erfürchtet dein Support-System, weil dich das stark macht und dir Rückhalt geben würde, wenn du keine Lust mehr hast, mit ihm zusammen zu sein. Ist der Kontakt zu dieser Quelle der Unterstützung unterbrochen oder gestört, wird eine Trennung dir sehr viel mehr Angst machen, als wenn du weißt, dass du aufgefangen wirst von Menschen, die dich lieben. Das kann er übrigens auch nicht ertragen, dass du geliebt wirst, denn er selbst kann sich nicht leiden und fühlt sich in Folge nicht geliebt. Vielleicht wird er von niemandem geliebt oder mindestens aber kann er Liebe nicht empfangen. Sein unbewusstes Selbstbild lässt das nicht zu, deshalb neidet er dir das gemocht und geliebt werden durch Menschen, die dich schon lange kennen. Er muss sicherstellen, dass du dich nicht so leicht von ihm trennen kannst, denn du bist sein Support-System, leider auf sehr unlautere und ungesunde Weise. Das also zu der Frage, warum er sich so benimmt, wenn es um deine Freunde und deine Familie geht. Ich hoffe, der Beitrag konnte dir ein paar Dinge klären. Besuche gerne meine Website tanja-grundmann.de und herzliche Grüße aus der eiskalten Dordogne. Bis bald! und herzliche Grüße ...